Musik Unsere Erzählung beginnt mit dem Wettbewerb der begabten Kindergartenkind. Hier werden die Kinder miteinander in Denkvermögen, Kalligrafie zeichnen und so weiter. Sehen wir dann, welche Begabungen die Kinder besitzen. Die Kindergarten, die Kindergarten, die Kindergarten, die Kindergarten und die Qualifikationen der Erzählungen erfüllt. So präsentiert die Kindergarten eigenartiges Können. Dieses Kind rechnet die Zahlen, die durch unterschiedliche Töne übermittelt werden. Dieses Rechnen basiert auf genauen Höhen der Töne und der Vorstellung des Rechenpreises. So ihr folgen zwei Gedanken gleichzeitig. Musik 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 Dieses Kind rechnet die Zahlen links und rechts getrennt. Im 0,5 Sekunden Abstand wechseln die Zahlen auf beiden Seiten 100 Mal. Das Kind rechnet alle 200 Zahlen, also 4 Zahlen pro Sekunde. Diese Übung soll Phantasy, Schnellet der U-Teilung und hohe Konzentration füllen. Mit Fingern bewegungen rechnet das Kind wir auf Rechenbrett. Der Zahlenwechsel auf beiden Seiten bedeutet, dass sich das Kind jetzt zwei Rechenbrettter vorstellt. Die Fingern der Kinder sind wirklich erstaunlich. Diese Kindle sind nicht so kompletter, anders. Und wir sind schtolz abbildungsarbeit in unseren Kindle-Kindle-Kindle-Kindle. Okay, jetzt geht's. Ich denke, ich bin вместе mit 7. 2 Augen aufOURiariert. Vorher haben wir gearbeitet. Hier gibt es nicht mehr Menschen. Das ist der Zweistliche impairment der Region auf 3 Jahre betroffen. Wir sehen uns jetzt, dass wir die Jugendliche, die wir als Jugendliche, die wir als Jugendliche, die wir hierinigte, die uns wichtig sind. Die Jugendliche Training sind die Jugendliche, die Jugendliche, die Jugendliche, die Jugendliche und Jugendliche. Es ist besonders erweitert die Vorstellung des Rechenbrettes großes Interesse. Nicht nur in der Stadt Tungang, sondern auch im ganzen Land, genüßend die Kindergartenkinder, das Rechenbrett. Wir sind im Kindergarten 3. November in der Jürgenstraße. Bei den Rechenen locken die Kinder ihre Finger. Das schnelle Bewegung der Finger gilt als die notwendige Grundlage im Rechenbrettunterricht. Das feine Fingergefühl soll den Kindern bei der Entwicklung des Gehirns helfen. Zuerst läuft der Rechenbrettunterricht wie ein Spiel. Dann wird das Interesse für Zahlen und Rechnen erwählt. Beim Rechnen stellen sich die Kinder ein Rechenbrett vor. Mit der Erschung der Rechengeschwindigkeit werden die Urteilskraft und Konzentrationsfähigkeit der Kinder verstärkt. Zuerst rechnen sie einstellige Zahlen, dann zweistellige und danach dreistellige. So wird ihre Geist die Fähigkeit verbessert. Rechenbrettunterricht wie ein Rechenbrett. Gemäß den Gesundheiten der Kinder wird das Rechenen anhand des vorgestellten Rechenbrett mit Hören der Töne oder mit Wörter suchen kombiniert. Das heißt, dass man künftig bei der Datenverarbeitung bei der Gehirnteile gleichzeitig nutzen kann. Aber wenn die Geist die Bildung des Gehirns oder die Kinder betrifft, dann will man die Gehirns werden wieder それ herausfinden was, diecw otra70 gibt. Hier dreistert sich ein Gehirn, der drinnen. Kinder auf ihre Konzentrationszeit getestet. Es ist sehr kurz. Die Kinder bleiben keinen Augenblick still. Die Hochschuljährige Bildung im Kindergarten hat einen großen Unterschied von der Regulären Bildung in der Hochschule. Wir haben die Grundschule wieder besucht, um uns gründlich darüber zu informieren. Diese Schule haben dieses Jahr den Kindergarten absolviert und besuchen seit sechs Monaten die Grundschule. Sie haben richtige Erkenntnis über 40 Minuten Unterricht und dem entsprechende Einstellung zu lernen, was der Kindergartenbildung zu verdanken ist. Wir haben auch hier getestet, ob die Konzentrationsfähigkeit der Kinder der ersten Klasse der Grundschule höher als die der Kindergartenkinder ist. Die Lehrerinnen sagen, dass die Schüler der ersten Klasse am schwersten zu kontrollieren sind. In Führerenklassen soll es allmählich leichter werden. In Führerenklassen soll es allmählich leichter werden. Doch der Intelligenz, Führerenklassen soll es also in den letzten Jahren in der Grundschule. Voran Littas Wir haben uns in Spillingskomitee gegeben, wo die Mitarbeiter, die für Kindergarten zustande sind, gerade die neuen Unterrichtsmethoden aus allen Kindergarten überprüfen. Nach ihrer Meinung orientiert sich nun die Kindergartenbildung auf die Entwicklung des Geistesvermögens. Wir haben die Kindergarten, die Kindergarten zu verbrechen, die Kindergarten überprüfen. Hier stellen die Erzieherinnen den Kindern viele Fragen und die Kinder äußern freiwillig durch ihre Meinung. Die Erzieherinnen müssen sich außerordentlich große Mühe geben und durch komplexe Bildung das Lernen interessant zu machen. Das war die Erzieherinnen und Erzieherinnen müssen, wenn sie im Grunde so sprechen, dass sie die Erzieherinnen und Kinder subdivisieren. In der Vergangenheit so realisiert sie den Kindern alles einpaugen. Also sie war die Heldin des Unterrichts. Aber bei der komplexen Bildung, die die Entwicklung des Kindvermögens zum Ziel hat, sind die Kinder Helden. Daher müssen die Erzieherinnen zuerst tief studieren. Diese neue Bildungsmethode beliebt die individuellen Besonderheiten der Kinder und läuft entsprechend ihren altersmäßigen und psychologischen Eigenschaften. Dafür sollen die Erzieherinnen die Kinder in der Unterstufe gut beobachten. Dabei machen sie sich mit den Charakterzügen und Hobbys der Kinder vertraut und denken über die Unterrichtsmethoden nach. Und im Einklang der Küche der Kinder sollen sie in beliebigen Zeiten und Orten gelehrt werden. Nicht außer Acht zu lassen ist das Stehlen des Körpers im Päckwondo-Unterricht, wobei den Kindern der nationale Geist eingepränkt wird. In diesem Teillauf entdecken die Erzieherinnen die Begabungen der Kinder. Dann geben sie den Kindern gemäß ihren Hobbys und Besonderheiten nachmittags aus schulische Bildung. Dazu gehören die Intelligenzbildenden Unterrichte wie Großspiel und Rechnen mit Rechenbrett und die künstlerische Ausbildung einschließlich der frühzeitigen musikalischen und bittimischen Bildung. Die 65-jährigen Kinder bekommen jeden Tag solche Ausbildungen, die alle nicht außer Acht zu lassen sind. Es ist für die Jahre in den Büchel schwierig. Deshalb suchen einige Erzieherinnen nur nach Talente aus den Kindern und die Nachleskönig Schmerzen. Erzieherinnen und die Kinder, die Kinder und die Kinder haben, die Kinder haben. Am Abend werden die Kinder von einer anderen Erzieherin vom Nachtdienst übernommen, die sich um ihr Leben kümmert. Dabei wird sie auch über die leistungsschwachen Kinder informiert. Die Erzieherin kümmert sich mit dem mittelchen Gefehl um die schwachen Kinder. Die Kinder des Wochenheims müssen sechs Tage lang von ihren Eltern getrennt leben. Die Erzieherin kümmert sich mit dem mittelchen Gefehl um die Kinder des Wochenheims müssen. Die Kinder werden verlangt, den Tagesablauf in Höhe. Diese Methode ermöglicht den Kindern der Unterstufe, die noch nicht schreiben können, sich zu präsentieren und an den Tagesablauf zu denken. Die Erzieherin kümmert sich mit dem mittelchen Gefehl um die Kinder zu kommen. Die Erzieherin kümmert sich mit dem mittelchen Gefehl um die Kinder zu kommen. Die Erzieherin kümmert sich mit dem mittelchen Gefehl um die Kinder zu kommen. Das ist die ganze Zeit der Unterstufe, die Kinder dem mittelchen Gefehl um die Kinder der Kinder des Wochenheims hatte. Als Frau von dieser Gehebleiden des Wochenheims, den wir bei dem Mittelerinen beruf, dass wir hier im Verkaufs mit dem mittelsaken Gefehl um die Kinder der Jugend 09. Untertitelung des ZDF, 2020